Hi Leute, es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir eine saure Süßigkeiten Challenge, bei der wir Sauerpunkte von 1 bis 10 verteilen. 1 ist das harmlosste und 10 ist das saures. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Genau. Was siehst du? Nehme die Conny saure Blügel. 1, 2, 3. 1. Sechen. Oh, jees. Wie hilfst du denn? Jetzt haben sie den Gästen mit Cheese. 1, 1, ohhh. Alter! Ohhh. 7. Oh. Ja, wir haben den zu filmen. Ja. So, wir haben den zu filmen. Okay, ähm. Wow. Ja. Mm, das ist ja künstlich. Ja, das ist ja gut. Das ist ja gut. Ich habe die Toilette gestorben. So. So, ich habe es auch gekauft. So. Einfach. Ja, ich. So. So, ich habe es auch gekauft. Warte, ne, ich habe es auch gekauft. So. 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 Acht. Das ist so gut. So, mir geht das gleich mal auf. Zwei, ein. Boah, das gehört lecker. Jetzt haben wir noch was? Vier. Vier. Drei. Okay, wir steigern uns langsam. Ich hab's nie getrunken. So, wir haben's aufbekommen. Kommt der in den Mund. Man kann ja nicht arbeiten. Schau mal, wir haben das jetzt. Drei, zwei, ein. Oh. Oh. Boah. Das ist langsam. Aber es schmeckt noch was. Boah. Schmeckt das nicht langsam? Kannst du alles verschwinden? Boah. 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 Und am Ende machen wir die Hals in den schlimmsten Challenges. Boah. Boah. Drei. Drei, zwei. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins, fünf, drei. Drei, zwei, zwei, eins. Ich bin auf den encanta, wir müssen fahren. Wie heißt das, dass wir... Drei. Wigare. Oh, was ich hab's! Drei. Ja, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Ich mach das nicht so normal. Wir haben auch noch ein kleines Video dabei. Hinterlasst uns unbedingt einen Raum nach oben, wenn wir mehr von diesen Challenges machen sollen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!